Ich würde jetzt einfach weiter fortfahren und hoffen, dass es sich wieder fängt. Alter, diese Einbrüche sind so krass, ne? Warte, hat es sich jetzt beruhigt? Oh, bitte. Okay, Leute, ich glaube, es hat sich beruhigt. Deswegen werde ich jetzt einen Trainerkampf machen. Ich habe meine Angel ausgeworfen und jetzt dich am Hang. Na, dann will ich dich mal einholen. Oh Gott. So viel zu der Frage, ob man mit der Super Angel Frauen klären kann. Anselm? Digga, was sind das für Namen einfach? Gamefreak, please. Okay, Milbrana ist ein... Polis-Pokémon. Wir sind ein bisschen overlevel zu den Trainern, aber ich guess, das ist in Ordnung. Ähm, es kommen bald stärkere Trainer. Wir sind ja jetzt quasi noch auf der Route, wo wir eigentlich Level 40 sein sollten. Bald kommen wir zu der Route, wo wir eigentlich Level 42 sein sollten, mindestens. Und das werden wir dann, äh, ne? Das checken wir dann schon. Ah, es schwankt immer noch, aber im guten Bereich. Ja, zwischen 2.2 und 3.000. Das ist in Ordnung. Ich guess, das ist fein. Kiesling, schon wieder so ein Leleck-Pokémon. Kiesling hat sich bei uns recht schnell entwickelt. Das ist eigentlich irgendwie... Ne, wir hatten gleich die Mantour, ne? Wir hatten nie ein Kiesling, kann das sein. Stimmt, so ein... Ah, ne. Ja, da müssen wir eh zwei Hits machen, weil er Robustheit ist, deswegen können wir gleich... Bam, Junge. Voll auf dem Stein drauf hauen. Schon krass, wie der das denkt, ne? Und nächster Schlag. Gönn. Ich find, Stein und Sieben, ist eigentlich ein echt cooler Move. This is a nice move. I guess I like it. Ein grandioser Kampf. Mein Quapuzi und ich danke dir vom ganzen Herzen. Dein Quapuzi? Junge, du hast Membrana. Bist du blind oder so? A bisschen blind, ha? Du. A bisschen blind bist du schon, Mormons? Okay, ah, jetzt können wir den Kepi-Teiler ausmachen. So, den OP-Teiler natürlich. Wir sind jetzt am Pier. Wir könnten jetzt mal angeln, ein bisschen angeln und schauen, was hier passiert. Ein bisschen Angling betreiben. Oh, zwei Ausrufezeilen. Ich weiß nicht, ob das immer zwei sind. Dafür angeln ich zu selten. Ja, boi, Naryados. Das wesentlich schlechtere Käfer-Pokémon im Vergleich zu Voltila. Aber ist trotzdem fein. Ist ganz nett, ne? Kann man nutzen. Stimmt halt nur recht schnell. Gut. Ja, okay. Ähm. Achso, vielleicht sollte ich das mit einem Angel-Symbol machen. Ja. Gut. Der Trainer. Oh, nein. Wie scheint es ein Item zu geben? Hier. Ein Schutz. Ich suche aber was zu fangen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ne, wir haben schon was gefängt. Wir haben ja schon Voltila auf der Route gefängt. Gerade erst ist hier mir ein dicker Fischdurchs-Nest gegangen. Vielleicht steht mir doch noch ein großer Fang an. Ey, die sind schon leicht pervers, oder? Oder verstehe ich das hier? Verstehe ich hier die Signale nicht ganz richtig? A-Brizzle weird. Weird flex, but okay. Level 40. So, Surfer. Gun. Weg mit dir. Tschüss. Easy. Ah, es schwankt immer noch echt negativ so. Also, ich weiß nicht, wie sie sind wir das streamen bei euch? Ist der hart am Längen, am Spacken, oder ist das noch fein? Also, ich hoffe, es ist fein. Die Zahlen sagen, es ist fein, aber man kann ja nie wissen. Wer nicht angelt, der fängt auch. Keine Unterwasser-Pokémon. Null. Ja, moin. Unterwasser-Pokémon. Einfach so ein Dugengard aus dem Meer gefischt. Wer kennt's nicht? Schwert und Schild. Confirmed. Scheiße, und jetzt haben wir keinen Knüscher mehr. Ja, uff. Okay, das ist jetzt ein krasses Vorhormon. Weil Filia selber auch nicht gegen Stahlvieh kann. Das ist natürlich der Nachteil, den dieses Team mit sich bringt. Aber ich denke mal, mit Surfer können wir schon ganz gut schauen. Er ist gerade im Angriff. Okay, jetzt ist er im Verteidigungsmodus. Jetzt kriegt er halt gar keinen Schaden. Hey, warum ist der? Warum ist der jetzt im Angriffsmodus? Keine Sorge, du bist nicht dein, aber ich denke, er hat etwas anders. Bei mir geht es ohne Probleme. Ich probiere es nochmal. Aber ist der jetzt im Verteidigungsmodus? Weil das sieht nicht so aus. Okay, das war animationstechnisch jetzt ein bisschen nuriert. Der Angriff steigt. Komm, komm, mach ihn weg. Nein. Aber er ist doch jetzt im Verteidigungsmodus, oder? Wir sind schneller als Duongard, by the way. Der Frog. Okay, wir haben Duongard gut weggesnackt. Das müsste der Verteidigungsmodus gewinnen sein, weil ich glaube, Angusmodus hat nicht so viel Defense gegen Surfer vor allem. Wingal. Da bleibe ich drin. Mit Antikkraft. Pflanzt es mir dazu risky. Ja, siehst du, Windschnitt. Hätte schon einen guten Schaden gemacht gegen Philea. Bam! In dein Gesicht. Gegner haben aber bis jetzt immer ein starkes und ein schwaches Pokémon. Das ist in Ordnung. Aber ich hätte schon gerne, dass sie zwei starke Pokémon haben. Also das ist ein bisschen lame, ne? Ihr seht, die Trainer haben alle nur 1 bis 3 Pokémon. Das ist deswegen... Ah! Schwierig. Deswegen ist diese Generation nicht als die vorderndste bekannt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dafür sind die Arena leider und die besonderen Kämpfe sehr, sehr knackig. Und das ist ja das Eigentliche. So, damit hätten wir den Pier abgeschlossen. Ich glaube, damit haben wir generell die ganze Route abgeschlossen. Haben auch ein cooles Pokémon gefangen. Ich würde sagen, ja genau, ihr seht es nochmal, Route 16, bekannt als Tristesse-Weg. Und wenn wir jetzt hier reingehen, dann müssten wir doch in Illumina City wieder auskommen. Genau, da sind wir auch schon wieder. Back to the hood, beziehungsweise to the city. Ist hier ein Pokémon-Center irgendwo? Shit, ich glaube, ich habe es verpasst. Ist man mit dem Fahrrad eigentlich schneller als mit den Blades? Mit den Rollerskates? Ich glaube nicht. Wir könnten aber jetzt gleich mal zur Bärenfarm gucken, wenn wir schon hier sind. Oder nochmal hier reingucken, TMs. Oida, sind die teuer. Was ist denn mit euch? Okay. Machen wir jetzt erstmal aus der Essen. Bis gleich. Ja, gönnen wir, gönnen wir an Guren. Wir gucken uns derweil mal Ampera an, die wieder ein weibliches Pokémon ist. Und ich glaube, die ist sogar... Nee, die ist nicht lesbisch. Okay. Verdeinigung Minus für Spazienruf Plus ist sehr, sehr nice. Wir haben leider Anspannung und Nicht-Facettenauge. Das tut ein bisschen weh tatsächlich. Das ist ein Auge, das wäre superpop gewesen. Allerdings ist das nicht so trageil. Also Anspannung ist immer noch neutral. Und ja, Ampera. Bulga. Adheria. Okay, Spong hat keinen Namen. Tschüss. Das weißt du doch auch nicht. What? Was ist denn da los? Und Neon. Genau, Wellington, Chino, Positiv, Glover. Glover wartet nur auf seinen Partner, auf seinen schwulen Partner. Ich meine, klar, Wellington wäre der nächste Anspannung, aber schwierig. Hier sind unsere Gefallenen. Wir haben ganz gute Pokémon, ne? Die Aussage ist nicht so krass, weil wir auch schon einige verloren haben. Ähm. Und wir haben auch einige noch nicht gefangen. Aber das ist jetzt im Moment ganz in Ordnung. Also es ist nicht so, dass wir jetzt out of material gehen. Out of... The Boys, Pokémens. Ja. Aber was ist mit dir, du bist dieser malen Typ, ne? Wie viel haben wir denn schon? 30. Das ist schon nicht schlecht. Bringt uns aber nichts. 30, Alter, das ist ja nichts. Das ist halt echt schlecht. 30, ist nicht schlecht. Aber es ist schon echt schlecht. Sweeties. Gut, dann fliegen können wir nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu Route 16 und gönnen einen drauf. Hallo. Bombs in Bad. U16 Nordring. Ähm. Hm. Ach ja. Wir wollten eigentlich zur Bärenfarm, ne? Ähm. Da müssten wir... Da hin. Ach so, da müssten wir aber fliegen, weil der Weg zu Fuß weit ist. Äh, ja, aber die Bärenfarm ist eh lost. Also, da, das ist alles eh schon gestorben. Da brauchen wir jetzt nichts nochmal Neues anbelassen. Das ist eh lost. Von daher. Ich habe schon wieder Einbrüche. Das ist doch echt zum Kotzen. Jetzt mal ernster. Warum? Why the hell the fuck please? 10.000 Frames wurden schon geskippt. Oh, moin. Gut, ich fahre jetzt eh nur zurück. Da kann der Stream auch, äh, sich mal wieder beruhigen währenddessen. Ich glaube, ich habe hier alle Trainer mitgenommen bereits. Gut. Aber wir können hier gar nicht reinfragen. Oh. Oh, oh. Hier ist noch ein Trainer, ne? Den wir noch nicht mitgenommen haben. Aber der Stream ist gerade umschwappen. Deswegen... Deswegen lassen wir das mal. Bis der Stream sich wieder beruhigt hat. Was er jetzt hoffentlich gleich tut. Oh ja, es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Huch, huch, huch. Im Winter Fahrrad fahren, ey. Einfach nur lost. Ja, von 0 auf 2600. Man kennt's. Klassischer Adrionik 1.3 Stream. Richtig gut. Richtig Ehre. Hey du, sei doch so lieb und wenn du diese Züge auf einzelnen Pokémon hast. Okay. Die Biere war ein Geschenk von einem Pokémon namens Botogale. Er ist dabei bekannt, die Instrainten, die auf den Schneidenbergen feststecken. Okay. Senkt. Ich bin very mucho grande. So. Wir müssen ein bisschen einkaufen. Wir müssen ein bisschen aufstocken. Jawohl. Sehr, sehr schön. Okay. So, wir können wieder uns in Dutzung. Ja, komm. Wir gönnen einfach. Kumo Milch ist die effizienteste Sache in High Items. So ein gutes Produkt. Okay. Da werden wir wieder back am Brunnenweg und ich würde sagen, wir gehen mal richtig fett in die Hotelruhe runter, oder? Was sagt ihr? Habt ihr Bock? Schön ein bisschen Gruselfaktor hier. Alle auf Level 44 sind am Stussel. Filia leaded. Filia hat noch gar nicht gekämpft. Kann das sein? Sie ist die einzige, die noch keine Scream-Time bekommen hat. Aber ich würde sagen, wird es Zeit. Ich bin hergedüst, weil mir Gerüchte über einen super starken Super Skater zu Ohren gekommen sind. Aber ohne Skater habe ich wohl noch einiges zu lernen. Hier gibt es Pokémon? Oh, shit. Da brauche ich jetzt hier mal ganz kurz ein neues Blockblättchen. Oh, fuck. Flamara ist natürlich jetzt nicht die beste Screen-Time. Poké-Com-Why-Are-You-Wedlock-Nummer-Drei. So. Ähm. Hotelruine. Klammern. Route 15. Ähm. Hat einmal ein Flamara stecken. Ich würde flüchten wollen. Oh, Flukor gegen Flamara ist auch so. So vom Look her schon so ein episches Battle. Einfach von den Farben. Beim Kampf gegen Kinder zeige ich erst recht. Keine Gnade. Ich zeige keine Gnade. Rapper sehen. Rapper sehen schwarz und zeigen die weiße Fahne. Perfekter Lead. Krebotak. Physisch. Offensiv. Gegen Filia. Pflanze, Wasser, Ehre. Schnitt. Da glaube ich sogar mir einen Schwertanz können. Da gönne ich mir einen Schwertanz. Ich glaube, dass ich ein Move tanken würde vom Krebotak. Verhöhner. Das ist fein. Ich habe ja jetzt einen Schwertanz gemacht. Jetzt geht's los. Ja, wieder Frame-Drops. Man kennt's. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Beste Qualitäts-Stream von Adrionic 1.3 wieder. Geil. Hey, sorry. Ich kann's nicht ändern. Mein ist halt so. Dioxys. Oja. Hm. Oh, 57 Spezialein ist halt nix. 71 ist halt auch nix. Ja, schieße, Mann. Scheiße mit Reis. Auch Panzer ist halt... Ich glaube, Dioxys... Ich würde sogar mal einen Angriff machen erst. So ein bisschen vordamagen. Alter, das ist die Speed-Form, ne? Oder ist es die Angriffs-Form? Scheiße. Da muss ich jetzt... Ja, okay. Aber wenn es die Angriffs-Form ist, dann willst du ja eigentlich offensiv angehören, oder nicht? Dioxys. Da ist die, da ist die, 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 die... Gut, das ist die Form. Und auch da sind die Formen. Ah, ist die Angriffs-Form. Fuck. Okay, was kann denn die Angriffs-Form? Wie viel Statuswert hat die denn? Lass mal ein bisschen schummeln hier. Angriffs-Form. Oh, scheiße. 180er Angriff und Spezialangriff. Und 150 innen. Aber nur 20 Defensive. Oder genauso wie... What? Dioxys ist full offense tatsächlich. Also wenn der jetzt einen Angriff macht und ich sterbe, dann ist Lost. Aber wenn ich zum Angriff komme, dann stirbt er. Ich glaube, ich könnte es sogar nur zu gut machen, oder? Mit dem Schwertanz. Der hat 50 KP und 20 Verteidigungen. Der Ruckzucki müsste ihn einfach One-Shotten, oder nicht? Tatsächlich. Geil. Schwertanz in der Ruckzucki. Gegen Dioxys. Easy Game. Oh Gott, nein. Den muss ich vergiften. Oder? Ja, oder ich hau drauf, ne? Aber dann macht der Konter und ich bin lost. Ah. Wie sieht man, wohin genau, Leute? Ich zeige euch jetzt ein Tutorial. Hoffentlich. Man muss ihn mit kleinem Schaden immer wieder töten. Man darf ihn nicht... Oder man muss ihn One-Shotten. Aber One-Shotten geht jetzt gerade nicht. Also man muss ihn save One-Shotten. Okay, mit Schwertanz. Ich hätte jetzt Schwertanz spammen können, ne? Büsste Vergasung. Aber ich glaube, was überreicht nicht. Gegen Domingo. Also wir werden Toxin einsetzen. Weil er seinen Bodyguard noch nicht rauskriegt. Ah, Frame Drops. Man kennt's. Und dann werden wir erstmal Schottel anlassen. Und dann werden wir erstmal Schottel anlassen. Okay, er hat Konter eingesetzt. Sehr, sehr nice. Und jetzt müsste er sterben, wenn ich Schottel einlitz. Er hat sogar Abgangspunkt eingesetzt, ne? Aber er ist durch Vergiftung gestorben. Deswegen zählt das nicht. Alter. Machen wir mal ganz kurz ein Reconnect. Wir sind back, Leute. I guess. War ein bisschen weird flex. Ich musste mein Internet reconnecten. Oder beziehungsweise ich hab's mal gemacht. Und geschaut, ob das funktioniert. In den Mülltonnen sollen angeblich auch Pokémon sein manchmal. Hier sind auch Pokémon. Klar. Psiow. Roll. Das wär ein cooles Pokémon. Definitiv. Ah, es ist, glaube ich, kein Underdog. Schau mal, ich hab Pokémon Sticker angemacht. Alter, was ist das für ein krasser Hintergrund. Okay. Ah, ist nett, ist nett. Das sind halt nur diese ganzen Elektronager. Die mag ich nicht so besonders. Ähm. Kann man mal ganz kurz nochmal ändern. Ähm. Ähm. Machen wir mal rot. Und gucken, wie das aussieht. Das wollte ich jetzt googeln. Genau. Psi-Yau-Gon. Ich glaube doch. Psi-Yau müsste ein Unlock sein. Safe. Okay, wo geht... Oh, da ist ein Doppelkampf. Das ist natürlich, äh, eine Aufgabe für diese beiden hübschen Kandidaten. Blacky und Ruby. Wir bringen sich auch noch zum Erblühen, die Blumen des Bösen. Die Rebellion gegen alles und jeden. Das ist eben unser Leben. Psi-Yau-Gon mit 64... Okay, save'n Unlock. Lul. Naja. Gut. Panker-Pärchen. Julie und Jim. Pichu und Pikachu. Ja, moin. Das passt ja echt gut zusammen, Lul. Flecky und Ruby. Jetzt wäre eine Damp-Walze richtig cool gewesen. Aber egal. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen einfach den hier. Zack. Und den hier. Okay, roter Hintergrund ist cool. Roter Hintergrund gefällt mir. Bam, 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 brrrrra. Okay, Pichu, komplett geronshottet einfach. Agilität. Oh ja, man sieht hinten meine Heizung. Ist ein bisschen wie wack. Ich muss mich hier entsitzen. Brrrrra. Nice. Lega, Lega. Süß. Wow. Was bist du denn für eine... Das war echt beeindruckend. Ja. Huch. Ach. Okay. Der Kampfuntergrund war in Ordnung. I guess. Mh. Die ist noch eine Punkerin. Oh. Hier ist ein Pokémon. All in die Ponylox. Perfekt für den Mülleimer. Prä-Pony-Tox. Trash. Ja, der Rotkamping ist ein bisschen nice. Aber ich glaube, ich würde doch mal ändern wollen. Ähm. Schatten wir mal ab. Ja, jetzt sind meine Zuschauer natürlich gesunken. Es ist natürlich obvious. Ich würde mal nicht blau nehmen, sondern Starter-Pokémon. Ich glaube, das war diese coole mit den Faces. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie die noch mal aussah. Du bist keine Trainerin? Moment. Ich könnte schwören, dass du eine Trainerin bist. Tatsächlich. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich sage immer die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ich finde dich total uncool. Sie sollten doch einfach sagen, wir arbeiten. Okay. Danke für nichts. Ich glaube, man muss hier ein bisschen, äh, ne? In die Szene rein, Allah. Los, wie geht es? Aber ich sage einfach so süß, komm raus und zeig euch. Das sind echt coole Pogen, also schöne Schlangenpogen, aber leider zu monotonen. Ah. Das ist kein Pipitis und kein A-Bog. Das sollten wir aber eigentlich hinkriegen, äh, jetzt. Okay, der Hintergrund ist auch ganz cool. Schön bunt mit den Starter-Faces, ne? Ja, kann man machen. Also nicht, überzeugt mir noch nicht ganz. Okay, der kann Metallstoß. Das heißt, er macht 1,5-fach einen Schaden von dem, was wir machen. Das ist natürlich sehr, sehr scheiße. Okay, an die Reihe, wir sind jetzt auf Maximum. Wir sind aber jetzt auch verwirrt. Ich würde erst das Heideon benutzen, um die Verwirrung aufzuheben. Ich darf gar kein Mock drauf ab. Jetzt ist der echt antikende Scheiße, irgendwann dann. Hm, okay. Ah, ich würde, glaube ich, zuerst noch zu machen, um seine Robustheit zu brechen. Damit der Metallstoß ist mir jetzt auch nicht so viel Schaden, ne? 9.030 komplett. Und dann machen wir Spassierblatt und Ragnin hoffentlich komplett weg. Wenn nicht, dann... Okay, komm. 3, also komm maximal an, dann muss es sterben. Ganz klar. Blinfa! Ja, du bist, äh, gefundenes Fressen für viel, ja? Ja, Blinfa ist so süß. Dammit, bro. Vierten Gen-Starter sind einfach... ...unübertroffen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Blinfa ist wohl der süßeste Starter, oder? I mean... Come on. Oh, die legendäre Laubklinge. Endlich. Endlich. Die beste Pflanzenteile für viel, ja? Ich glaube, 90-100 mit Grit-Chance. Çok güzel einfach. Das ist so lecker. Holy fuck. Heiliger Muckefuck. Wisst ihr, was ein Muckefuck ist? Kaffeeersatz. Oh. Da geht mein Herz auf bei diesem Move. Alter, Vater. Schüsch. Schüsch, Kebab. Den schneide ich, den Kebab, mit dieser Laubklinge. Aber so fein, dass das Fleisch einfach nach... ...nach Göttlichkeit schmeckt, ja? Ohne übertreiben zu wollen, ne? Na, ihr Hübschen. Hallo, Tommy. Schön, dass du am Start bist. Jetzt, wo meine Frame Drops auch endlich mal weg sind. Jetzt, wo du da bist, ist der Stream hochqualitativ. Ist ja ganz klar. Muss ja auch einen Zusammenhang haben. Ist ja wohl logisch. Äh. What? Achso, ich muss... Ah, ich muss in den anderen Eingang auch noch. Bei der Hotelruine. Okay, verstehe. Ich glaube, jetzt bin ich ziemlich am Ende, ne? Ja, moin. Gut, Lena. Aber kann ich auch nicht fangen, glaube ich. Weil, äh... Ist, glaube ich, auch zu stark. Die Fenex ist, ne? Ich glaube, es war sogar von den Werten her der beste Starter, ne? Scheiße. Mit irgendwie 536, nee, 34. Ah, viel zu hoch. Der Nächste ist leider kein Underdog-Pokémon. Aber nicht schlimm. Ja. Tommy, Johannes. Habt ihr Bock auf Scribble-EU? Beziehungsweise... Was war es noch? Gesagt. Higher-Lower-Game. Ja, Scribble-EU hätte ich mehr Bock, wenn wir da zu viel spielen. Und danach League of Legends. Das wäre richtig nice. Also, der Pokémon-Part ist auch fast zu Ende. Also, wir haben jetzt eine Stunde 20 Pokémon. Wir sind jetzt eine Stunde ungefähr. Ähm, ich würde, glaube ich, die Hotelruine noch beenden. Und dann können wir in so einer halben Stunde ungefähr oder maximal noch eine Stunde ein bisschen was anderes zocken. So, was bist du denn? Oh, meine Güte, Kindchen. Mehr Tricks hast du nicht auf Lager? Wenn du uns einen Boss treffen willst, musst du schon früh aufstehen. Ah, ich glaube, es geht um Skater-Tricks, ne? Hat der eigentliche Profi... Also, der Skater hat sich schon angemerkt, dass hier ein Profi-Skater sein soll. Bin back. Wenn du noch ein bisschen Pokémon spielst, dann ja, weil ich noch was essen wollen würde. Ja, dann mach das. Marco ist auch noch am Futtern. Ähm, und dann... Oh, Psycho-Schock. Wieso greife ich ihn an? Scheiße. Können wir aber Psycho-Fangen eigentlich. Wenn es jetzt überlebt, würde ich es fangen. Ah, schade. Weil, wie ich es Psycho-Fangen ist auch cooler, weil es ist offensiver, ne? Mit so Bäm, Bäm, Bäm. Männliches wäre für das Play-Fu-Sau langweilig, weil das macht nur Screens und Donnerwelle und Mogelheap. Das ist eigentlich das ganze Set. Ähm, und das Weibliche kann halt Spukball, Psycho-Schock, äh... Bam, 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 brrrrra! Schisch. Ah, und das Weibliche sieht auch eigentlich ein bisschen cooler aus, wenn man ehrlich ist. Ach, das triggert mich immer das Item. So, dann gehen wir jetzt zum anderen Eingang der Hotel-Ruine. Die weiter unten zu finden war. Ich glaube hier, wenn mich nicht alles täuscht... Ja. Da ist immer noch ein Item. What the fuck? Gut. Ich will auch wieder was essen. Ich habe voll Hunger, obwohl ich vor drei Stunden erst was gestern habe, ne? Aber das ganze Reden und so. Oh, scheiße. Ey, da, lass ich mir nicht mal einen Spaß machen. So weit, kann's noch? Punkaheiner. Wolltul. Oh, der hat das MVP-Pokémon des Parts. Okay. Aber da müsste ich eigentlich drum herum kommen, ne? Elektro-Käfer. Vielleicht noch Unlicht und, ähm... Pflanze. Glaube ich aber nicht von selbst, sondern ist eine Attackenlehrer-Attacke. Und, naja, Schlitz halt, ne? Wir können effektiv gar nichts machen. Wir können aber Dranglauer einsetzen. Dranglauer geht immer. Ampelleuchte, ja. Tut ein bisschen weh, aber nicht so krass. Schlitz! Genau, das sollte richtig reinknallen. Ich find die Ableuchte hier richtig cool vom... Look here. Oh Gott, das war ein Crit. Naja, aber... Wolltul ist down. Nice, nice. Ah, dabei wollte ich doch nur auf meiner Art ein wenig innere Ruhe finden. Innere Ruhe? Ich mein, da bist du schon mal gar nicht mal so an einem schlechten Ort. Aber ich glaube, vielleicht eher doch. Boah, genau 100 KP. Da hätte ich jetzt ne Kumo Milch halten können und es wäre... Schock wie Sell auf X-Hack gekommen. Egal. Sichler hat auch noch keinen Screentime. Kann das sein. Ja, sichler nach vorne sitzen gleich. Wobei doch, aber nicht so viel. Ihr habt schon recht. Bisschen mehr. Noch ein Pärchen mehr wäre auch cool. Bisschen Abwechslung in den Parts. Aber ich hab halt irgendwie... Ich will halt schon sehr, sehr... eng mit dem Pokémon sein, die ich habe. Und acht Pokémon wäre ein bisschen viel. Also, klar, wenn wir einen guten Partner für Glover finden... So ein Geist-Pokémon wäre zum Beispiel episch. Aber naja. Also mal ehrlich, dafür, dass du keine erfahrene Rose-Getterin bist... hast du eine ganze beachtliche Technik. Setz doch mal diese Attacke ein. Tim Schleuder. So ein Bad Move. Damit kann der Anwender getragen, der Album ist auf das Zielschleuder... und die sich auf dieses negativ auswirken. Sobald ist die Dreck. In einem Dörf kam wirklich die Attacke, dass der Anwender B-Enern auf seine Milchstreiter wirft. Okay, das wusste ich auch noch nicht, Alter. Ist ja witzig. Gut, hier ist nochmal ein Mülleimer. Der Chumbucket, der Apfel-Eimer, Apfel-Eimer, der Apfel-Eimer, genau. Jurope, süß. Schreiben wir uns gleich mal auf. Jurope, sehr, sehr nice. Ach ja, ja, da kampfen wir, dann wollte ich wieder ändern. Machen wir mal... Machen wir mal Evoli. Ich glaube, da sind nicht nur Evoli, sondern auch die Entwicklungsformen drin. Was halt mit Filia ganz cool sein könnte. So. Dann kommt hier der Trainer auch nicht zu. Okay, oder auch nicht. Das Vokummon kommt auch nicht zu. Er ist ein Keifel, das wir uns... ...nicht aufschreiben, glaube ich. Ich meine, Mamuchil wäre zu stark. Okay. Ah, ist ein bisschen zu viel Evoli hier. Äh, der Kampfhintergrund. Also hätten die das Evoli... ...das Evoli mit den anderen Evolutionen so in den Köpfen zusammen gemacht, wäre das ein richtig niceer Hintergrund. Aber so ist es ein bisschen too much. Äh, Mammutel. Ich glaube, Mammutel ist zu stark. Safe, oder? 530 wahrscheinlich. Alter, ich bin so gut, ne? Es ist halt wirklich genau 530. Ja, das hatten wir nämlich schon ein paar Mal. Sind das eigentlich zwei Trainer? Oh, sprich, habe ich den Halbstarken nur gespielt, um dazu zu gehören. Und jetzt, sieh an, was es mir geworden ist. Ein Viertel starker. Lol. Punker Jaff. Jaff. Alter, Mollimor passt hier perfekt, ne? Das ist ja quasi ein Punker-Baby. Okay. Ja, Schlüffler. Alter, ich finde den Hintergrund eigentlich doch ganz cool, ne? Irgendwie hat der was. Weiß ich nicht. Ist halt... Ist halt schon nice. Die verschiedenen Evolutionen hier, die machen das halt wieder wett. Bran Awards. Einfach, um die Brunen-Attacken zu dododchen, würde ich das Pokémon hier nehmen. Masamu. Masamu. War eine Branung, das ist so hässlich, aber auch irgendwie cool. Ähm. Schwertanz. Wenn man mein Team mimen würde, wäre es halt nur Schwertanz-Toxin. Da wäre also eins zu eins mein Team-Meme. Uts, uts. Boah, Alter, dass er das überlebt. Oh oh, Lebenbrühe im Regen. Aaaaah. Boah, jeder. Gut getankt, mein Freund. Und Kreuzscheren. Schlitz. Geil. Nur noch zwei Zuschauer, das tut mir jetzt ein bisschen weh. Es würde ja heißen, dass Johannes weg ist wahrscheinlich, oder? Wenn Marco und... Oh, ach, Typ. Ah, das muss ich ihm ja jetzt beibringen, ne? Ja. Verlernen wir eh. Für Kreuzschere wieder. Auweia, wie ist denn das passiert? Typennachteil, würde ich mal sagen. Schleuder ist halt so schlecht. Kann eigentlich mal jeder. What the fuck? Kreuzschere. Kreuzschere. Lauter Liste sind mehr. Lauter Liste? Welcher Liste? Na, ich sehe, ich sehe da oben nur zwei. Da und bei meinem Stream stehen auch nur zwei. Kann man hidden Zuschauer sein? Ach, vielleicht übers Handy oder so. Oder? I don't know. Es gibt eine Zuschauer, wo du siehst, wer alles da ist. Ja, aber das ist... Die aktualisiert sich, glaube ich, nur alle paar Minuten, oder? Vor allem waren sie ja noch drei. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Wo sind die Zuschauerliste? Hier, da oben. Benutzer im Chat. Streamer, Moderatoren, Benutzer. Ich glaube, das sind die Gesamtnutzer, oder? Also, der Another TV-Viewer hat kurz reingeschaut. Commander Root, First Killer. Grins Attack Gaming war länger drin. Sunscope war länger drin. Saddest Kitty. Princess League und Lurx. Also, die meisten haben wahrscheinlich nur so kurz vorbeigeschaut, denke ich mal. Deswegen. Meine Eltern sind gestandene Trainer-Veteranen. Und mein Bruder ist ein Ass-Trainer. Da ist es gar nicht leicht, die Anerkennung zu bekommen, die man sich wünscht. Oh, das kann ich mir vorstellen. Holy shit. Pangerin Dolores. Los, Helix. Ich finde, Helix ist so ein geiles Vorgang, ne? Antigra. Los. Nein, das sind eigentlich die, die gerade zuschauen. Ein paar davon sind Bots, weswegen sie nicht als... Ah, okay, Bots. Ja, dann. Ein paar davon, lol. Zwei Zuschauer und es stehen einfach acht. Bots. Ein paar Bots. Habe ich jetzt einen Boost bekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Wir gehen auf den Boost. Let's go. Ich will den Boost. Da hatten wir schon einmal in den Let's Play den Antikraft Boost. Jetzt haben wir den Boost. Nice. 10% by the way, Leute. It is der Boost. Price Deluxe. Ich glaube, mit dem Boost bleibe ich drin. Price the heel. Helix. Boah, ja, das Shepard. Geil. Aber jetzt haben wir keine AP mehr. Das ist ein bisschen dumm. Eigentlich sollten wir den AP Plus auf Antik umsetzen, oder? Ich glaube, den Move werden wir schon länger behalten. Das ist halt ein spezieller Gesteinsmove. Andere Stelle Gesteinsmove gibt es halt nicht wirklich gute. Es gibt noch Juwelenpower oder Juwelenkraft, aber die ist halt scheiße. Deswegen würde ich fast auf die Antike auf das setzen. So. Dann haben wir hier nochmal ein paar Steine, die man zur Thurmonkorn. Also ich glaube, um halt zu diesem Boss zu kommen, zu diesem Super Skater, muss man ein paar Tricks gelernt haben, die man halt nur über andere random NPCs lernt, die halt Skater sind. Und da fehlen uns noch locker so drei oder so, mindestens. Vier vielleicht sogar. Okay, hier ist noch ein Apfel. Einmal den checken wir noch ab und dann sind wir, glaube ich, fertig für hier. Ja, das hat man schon. Äh, ja. Genau. Ja, das war's mit der Hotelruine, I guess. Ja. Ich würde jetzt einmal einen Schutz einsetzen und nochmal ganz kurz alles hier abchecken. Und ansonsten kann man dann den Fluchtseil einsetzen, den einzigen, den wir haben. Ähm, ja, hier ist nichts mehr. Genau, das war die Hotelruine. Ja, jetzt kann man sogar rauslaufen, glaube ich. Ist gar nicht so tief groß, wie ich dachte. Gut, Leute, das war Rute 16 und die Hotelruine. Wir haben jetzt tatsächlich alles abgeklappert, wenn ich mich nicht täusche. Es war schon sehr, sehr viel, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was übersehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich alles, ähm, gefunden habe. Jetzt heilen wir unsere Pokémon. Und, ja. Könnten natürlich... Alter, geil, Wand... Also hier, Ampera und Dwelling wären so ein cooles Pärchen gewesen, fällt mir gerade ein. Weil ich gerade am überlegen bin, welche Pärchen wir machen können. Naja, das ist schwächer Kampf, ne. Das wäre halt mit Käfer gar nicht so bad. Aber du hast halt schwächer Gestein. Und Feuer. Ja, da wäre halt... Alter, da wäre halt so ein cooles Pärchen gewesen, ne. Wohin Ding, schade. Ah, gutes Problem hat mir mit Neonja quasi schon mehr oder weniger. Hm. Naja. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, dann beenden wir den Part Pokémon, weil Frescora und Co., also die Frosthöhle und alles, möchte ich jetzt tatsächlich gar nicht machen. Also habe ich irgendwie jetzt wenig Lust drauf. Ich werde jetzt hier meinen Part beenden. Und dann gehen wir gleich zum, äh, also... Ja, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal. Äh, Pokémon Why Are You Redlocked Challenge. Und für jetzt im Stream werde ich, äh, gleich das Spiel wechseln für euch, die sich das Video anschauen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.